Ich bin am St. Mark's Cathedral in Minneapolis mit die neue Orgel bei Foley Baker mit Ferdinand Manuel. Es ist ein sehr kräftiger und schöner Orgel mit englisch, romantischen und symphonischen Farben und ein bisschen klassischen und neobarocken Farben auch. Wir haben ein Positiv von M.P. Müller, dem deutsch-amerikanischen Bauer von 1950. Um 1950. Es gibt eine Antiphonal Division mit einer Equal Principal. Hauptwerk, das Chorwerk und die Solo mit drei Hochdürk-Registern. Trompette, Clérion und Tuba. Corner d'amour. Zwischen ein Flügelhorn und ein Frenchhorn. Ein sehr schöner, aufschlagender Klarinett. Ein sehr schöner, das Chorwerk und das Chorwerk und das Chorwerk und das Chorwerk. Und eine Tuba. Diese drei Hochdürk-Registern sind nicht die Sänger, die ich schaue, die früheren Videos. Diese Sänger funktionieren und arbeiten und das Festival-Trompet macht nichts in die Orgel. Es funktioniert nicht. Es ist nicht verbunden. Es ist nicht verbunden. Ein solostreicher. Musik Eine Carabella-Flöte. Musik Und... Und gegenüber der Harmonikflut, harmonischen Querflüte. Musik Klarabella. Musik Und die Solo-Streichern. Und die Schwell-Gamben-Streichern. Musik Und die Dolce-Schwebung. Musik Und das Chorwerk-Viol und Schwebung. Musik Und die Schwell-Gamben-Streichern. Musik Und die Schwell-Gamben-Streichern. Musik Und die Schwell-Gamben-Streichern. Musik Musik Und der Obo. Musik Und die Zungenchor. Musik Die Schwell-Hauptschwell-Gamben-Streichern. Und die Schwell-Hauptschwell. Und... Und... Solo. Musik Musik Für die kleine Kindeleine. Musik Ich möge das Hauptwerk an dem ersten Manual. Und nicht dem zweiten Manual. Ich möge das Positiv an dem zweiten Manual. Rohrflöte. Und Quint. Und wir haben die Open Diapasen am Hauptwerk. Musik Es war die zweite Open Diapasen, die Vorgängerorgel. Und ich kann nicht glauben, die erste Diapasen. So an die Neubau, die zweite Diapasen, ist die erste Diapasen. Und die zweite ist ein Prinzipal. Musik Kornett. Musik Kornett. Mit Oktav. Musik Musik Die Dolle. Musik Kornett. Musik Musik Kornett. Musik Kornett. Musik Musik Kornett. Musik Die amerikanische Flöten. Melodie und Carabelle. Musik Melodie, Carabelle. Musik Musik Mal für die Doppelmelodie. Musik Nachdenken. Punkt sinken Amen. Amen. Nicht perfekt für mich. Entschuldigen Sie. Olivier Messiaen ist perfekt hier. Pedalwerk, eine halbe Länge Bombard. Nicht schlecht. Und wenn ein Open-Root-Kontrabass, Violon und Sepa, Offenflötter, Konzipal, Füllung, 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 und Füllung. Und bei Viola Di Gamba, ein Hochdruck stark, und es klingt um ein Englischhorn auch. Wir haben ein Positiv. Es ist flottant an einem Manuel. Ein Neobarock krummhorn. Mit Klarinet. Die Pink Panther. Henry Mancini. Ich stelle den Prinzipal Chor. Degenubert Hauptwerk. The balance of this organ is very good. I'm very happy. An der Chorwerk war die alte 16-Fuß-Trompette ein Hauptwerk. Aber es ist am 5 Inches. Das heißt Petite Trompette. An gegenüber dem Hauptwerk. Mein Lieblingschrompette ist ein Schwellwerk. Und natürlich. Das ist ein Schwellwerk. 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 Die Wissenschaft ist ein Schwellwerk. Das ist ein Schwellwerk. Hoffentlich was der Heil und den Gott lieb. Und in die Schweissensberber live это auch gel Ο hatte ich aus. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020